Mit der digitalen automatischen Kupplung können wir in Zukunft einen riesigen Innovationsschritt nach vorne machen. Wir können wachsen und mehr Güter auf die umweltfreundliche Schiene bringen. Mit Einführung der digitalen automatischen Kupplung, DRK, schaffen wir die Voraussetzung für die Automatisierung und Digitalisierung des Schienengüterverkehrs. Und das ist ein Teil der Bremseite. Manifest den Kupplung, die die Voraussetzung der Kupplung, die die Kupplung und den Kupplung und die Kupplung. Manifest die Kupplung, die die Kupplung. Manifest die Kupplung, die die Kupplung und die Kupplung. Wir bringen mit der DAK Strom- und Datenverbindungen zur Lok direkt an den Wagen. Eine unentbehrliche Voraussetzung für Steuerung und Intervention in Echtzeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die DAK ist der Game-Changer für den Schienengüterverkehr. Bis 2030 wollen wir die europaweite Migration der neuen Kupplungstechnologie flächendeckend ausrollen. Dafür müssen alle Player mit an Bord sein. Kleine und große Unternehmen, Eisenbahnverkehrsunternehmen, Wagenhalter und Werkstätten. Unser Ziel ist ambitioniert und stellt uns vor große Herausforderungen, aber es ist machbar. Der Einsatz lohnt sich. Für den Klimaschutz ebenso wie für den Wirtschaftsstandort. Mit der DAK setzen wir den entscheidenden Baustein, um die Schiene zum Rückgrat eines nachhaltigen Gütertransports zu entwickeln. Mit der Titelung des ZDF für funk, 2017 www.dakilist.com Wagenhalterstrumpfisch.com